Beifall für einen Mann, der auf dem Weg ist, ein Volkshölzer. 21 Tage lang lief der 54-jährige Boraj Uras zu Fuß von Istanbul in die Hauptstadt Ankara. Wo er auftauchte, schlossen sich ihm spontan Passanten an. 600 Kilometer in 21 Tagen, ein Tag für jedes Lebensjahr seiner Tochter Selin. Selin Uras und ihr Verlobter waren nachts auf dem Nachhauseweg in der Istanbuler Innenstadt, als sie tödlich verunglückten. Ein Jugendlicher hatte während eines Wettrennens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ihm wird derzeit der Prozess gemacht. Ich fand den Tod meiner Tochter so nichtssagend. Ich wollte ihm eine Bedeutung geben. Ich habe festgestellt, dass es Widersprüche in den Gesetzen gibt. Darum bin ich nach Ankara gelaufen, um den Verantwortlichen hier das klar zu machen. Alle zwei Minuten passiert im türkischen Straßenverkehr ein Unfall, alle zwei Stunden wird ein Toter aus einem Autowrack gezogen. Hochgerechnet sind das mehr Opfer, als der zehnjährige Bürgerkrieg mit der PKK gefordert hat. Die Gründe? Übermüdete Fahrer, unsichere Fahrzeuge, waghalsige Überholmanöver, Raserei. Und die türkische Polizei lässt gegen Bakşiş selbst so manchen Betrunkenen seinen Weg fortsetzen. In den Zeitungen heißt es dann wieder, der Verkehrsteufel hat zugeschlagen. Die Protestaktion des verzweifelten Familienvaters hat die Nation aufgerüttelt. Seiner Forderung nach mehr Sicherheit und härteren Strafen haben sich Angehörige von Unfallopfern aus dem ganzen Land angeschlossen. Der unbekannte Geschäftsmann aus Istanbul und der Verkehrsterror sind seit Tagen Top-Thema in den Medien. Nach seiner Ankunft in Ankara wurde Uras heute Morgen in den Präsidentenpalast gefahren. Eine Untersuchungskommission soll gebildet werden, Uras reicht das nicht. Wir werden eine Stiftung mit dem Namen Kampf dem Verkehrsterror gründen. In dieser Stiftung werde ich für das Leben der Kinder, Mütter und Väter arbeiten. Das war der Grund meiner langen Reise. Auf den Istanbuler Straßen herrscht derweil wieder Realismus. Nach einem Monat ist seine Aktion wieder vergessen. Halten sie sich selbst an die Verkehrsregeln? Wir versuchen es. Naja, sie sehen ja, wir sind nicht angeschnallt. Bis das Verkehrsmonster das nächste Mal zuschlägt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.